Und willkommen auf die Riegel gepflegte Freunde des modernen Fußballs und damit willkommen zum Jahresrückblick im Kalenderjahr 2022 des BVBs. Und es war ein sehr schlechtes Jahr für den BVB, vor allem auch wenn man sich einfach nur anschaut, wie schwach man zum Teil auch eben agiert hat, wo es sehr, sehr viele Spiele gab, wo man kaum Zugriff hatte, wo man wirklich komplett enttäuscht hat. Und das Jahr hat angefangen mit einem Spektakel bei Eintracht Frankfurt, man lag relativ früh 2-0 zurück, hat sich zurückgekämpft, hat das Spiel noch gedreht durch den Treffer von Dahoud und ich habe wirklich Hoffnung gehabt in dieses Kalenderjahr, so ein bisschen gesteckt. Ich habe auch wirklich als einer der wenigen, habe ich mich wirklich darauf gefreut, dass man in der Europa League gespielt hat. Es ist halt wirklich so ein Wettbewerb, den möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Ich möchte diesen Pokal einfach miterleben, mit den Fans feiern und ich war enttäuscht, dass man schon relativ früh ausgeschieden ist, was heißt relativ früh, man ist im 16. Finale gegen Glasgow Rangers völlig verdient ausgeschieden, dieses 4 zu 2. Und da hat es so ein bisschen schon angefangen mit der schlechten Stimmung, dann gab es ja noch das Pokal aus gegen St. Pauli, wo man völlig verdient ausgeschieden ist. Auch beim Stand von 2 zu 1 hatte ich nicht das Gefühl, dass die Jungs bereit sind, alles dafür zu tun, um das Spiel irgendwie noch zu drehen. Dann gab es noch das 5 zu 2 zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen, wo man, ich kann es einfach nicht in Worte beschreiben, man hat wirklich bis zum 1 zu 0 eigentlich ganz gut gespielt. Hat ja relativ früh noch den Ausgleich erzielen können, aber das ganze Spiel war schon davor bestimmt. Ich glaube gefühlt bei Leverkusen war das so, dass jeder Angriff ein Tor war, aber kann man nicht wirklich sagen. Und dann hat es so ein bisschen angefangen mit den Phasen, wo man zum Teil eben gepunktet hat, aber nicht wirklich schön Fußball gespielt hat. Es war halt irgendwie nicht mehr dieser Fußball, den man zu Beginn in der Saison 2021, 2022 gespielt hat, wo man Punkte eingesammelt hat. Jetzt war das wirklich so, dass man viele Spiele gesehen hat, die auf Kampf oder wo man irgendwie noch gepunktet hat, wo man sich am Ende gefällt hat, wie ist das denn, wie zur Hölle ist das denn passiert? Und es waren sehr biedere Phasen, Momente, der Pokalhaus, weil der Pokalhaus hat wirklich der Mannschaft, glaube ich, so ein bisschen auch den Rückgrat so ein Stück weit gebrochen. Es gab wenig Motivation, aber trotzdem ist man souverän irgendwie Zweiter geworden, was sich keiner so wirklich richtig vorstellen kann. Der Fußball unter Rose war nicht spektakulär, aber man hatte viele Ausfälle, das darf man und muss man eben auch erwähnen im Kalenderjahr 2022, dass man kaum eine eingespielte Mannschaft hatte, dass viele Spiele auch schon mit dem Gedanken gespielt haben, vielleicht den Verein zu verlassen. Dann gab es noch diese ganze Poste rund um Erling Haaland. Es war ein sehr komisches Jahr und dann bis zum Saisonabschluss hatte ich wirklich so das Gefühl, okay, man hat auch gute Transfers jetzt schon getätigt, man möchte auf jeden Fall mit Rose weitermachen. Dann gab es den Rose aus, was für mich nur zum Teil so ein bisschen überraschend war, aber ich dachte jetzt, weil man jetzt eben viele Transfers schon getätigt hat im Vorfeld, dass man halt eben jetzt doch mit Marco Rose in die neue Saison geht. Dann hat man Terzic wieder installiert und unter Terzic hat man wirklich eine schöne Phase gehabt, wo die Fans eben auch die Hoffnung hatten, dass dieses Jahr wirklich was gehen könnte. Aber da kam dann auch schnell die Ernüchterung nach dem Bremen-Spiel. Da war man sich auch nicht mehr ganz sicher, ist er wirklich der Richtige? Und es gab dann jetzt ähnliche Phasen wie eben das ganze Jahr schon über. Man hatte, man weiß nie wirklich, wo man, wie oder wie diese Mannschaft wirklich steht. Also man hatte immer so Momente, wo sie eben gut dagegen gehalten haben, sei es im Champions League Hinspiel gegen Manchester City. Aber es ist halt einfach so, wie es schon seit Jahren so ein bisschen ist. Aber ich fand dieses Jahr wirklich sehr, sehr bieder. Ich hoffe auch, dass man jetzt eben alles, was man sich vorgestellt hat, eben auch ins neue Jahr so ein bisschen übertragen kann, dass man vielleicht jetzt einfach einen kompletten neuen Cut macht. Aber das Jahr war als Borussia auf jeden Fall sehr schrecklich. Ich bin das einzige Highlight für mich wirklich, bis auf die Champions League Spiele, ist das wirklich so, dass die Fans jetzt wieder im Stadion sind. Denn seit April ist es jetzt einfach so, dass die komplette Auslastung erlaubt ist, nach fast zwei Jahren. Das hat auch der Mannschaft so ein bisschen auch geholfen. Das ist für mich so das Highlight schlechthin gewesen. Für einige das Spiel gegen Bayern München. Aber wenn ich jetzt ein Spiel wirklich sage, das war das beste BVB-Spiel über die ganzen 90 Minuten, dann muss ich wirklich sagen, dass mir das Spiel gegen Manchester City am besten gefallen hat, weil man taktisch gut agiert hat, weil man wirklich für die Mannschaft oder jede Einzelne, für jeden gekämpft hat, wo man gute Nagelstiche gesetzt hat und Manchester City wirklich an Rande der Niederlage hatte, aber letzten Endes dann doch verloren hat, was sehr schade war. Aber für mich ist das wirklich das beste Spiel gewesen in diesem Kalenderjahr. Das sieht ja bei jeder so ein bisschen anders und das kann ja jeder ein bisschen anders bewerten. Ihr könnt mir gerne eure Meinung schreiben, was euer Lieblingsspiel in diesem Jahr war. Aber für mich war es tatsächlich die 2-1-Niederlage bei Manchester City. Und ja, ich werde auch in Zukunft natürlich weitere Videos bringen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ich möchte natürlich auch eure Meinung wissen zu diesem Kalenderjahr. Was sind eure Gefühle? Was sind dann auch eure Vorstellungen für das neue Jahr im Jahr 2023? Glaubt ihr, dass die Mannschaft noch irgendwie einen Ruck bekommt? Glaubt ihr, dass die Mannschaft sich noch für die Champions League qualifizieren kann? Das könnt ihr mir gerne unter den Kommentaren schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Diriakos.